Ist doch Standard, stellt man doch immer bei Twitch ein, alle auf Stumm. Ey, nächstes Mal nehmen wir Baby Park, oder? Dann nehmen wir alle Baby Park. Egal. Na, ich will erstmal eine Kumu-Weide. Wenn ich meine Kumu-Weide hab, ist es mir egal, was wir bekommen. Das zweite war das Meilen. Warum kommen wir immer auf Deins? Weil ich heil mal. Ja, das ist der Hades, ja, ja. Ja. Der hat sogar seinen Wachhund, seinen Wachhund. Also Hades, ich würde sagen, wenn du Hades Gajada heißen würdest, dann würde das passen. Vielleicht heißt er ja so. Er schämt sich bloß ein bisschen dafür. Nee, Hades hat mit mir besprochen vorhin, wo ihr noch nicht alle da wart. Oh Gott. Dass Hades Gajada ja nicht mehr so schlecht findet. Mhm. Ja, meistens, weil ich auch so heiße, irgendwie. Nee, keine gute Idee. Oh Gott, haut ab. Sehr gute Idee! Ich hab mein eigenes Level. Oh, scheiße. Oh, ich bin Zehnter. Elfter. 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 Toll. Dann kommt er und bringt mir um. Ist normal. Keiner, mich lieb hier. Keiner lässt dich mal vor. Elfter. 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 Elter. Lets mehr. Mal is ab patience. Einer. Ja, sehe ich auch schon wieder. Okay. Elter. Elter. natürlich erst mal schon vorbei ich habe wurde von der pflanze erwischt wiedersehen Leute ich hab keine Lust mehr Nein Melanie das gibt's nicht ich fliege aber runter wer war das jetzt da also Rakete bin ich die gerade hier durchflitzt na danke Speedy Gonzales ich bin jetzt schon ja wie oft ich schon runtergeflogen bin jetzt was geht oh shit ey Hades, tschüss das ist der Kramer weil du Melli treffen wolltest ja wenn ich so öfter ja ich bin schon wieder ey so jetzt alle Babypark komm jetzt alle Babypark nee ich will erstmal ne Kumu-Weide danach können wir auch ne Kumu-Weide machen Rubin wird sowieso nicht gewählt also können wir alle Kumu-Weide nehmen ihr wählt alle Babypark ich komm mit Kumu-Weide wo ist ein Babypark überhaupt das kommt das kommt äh oben rechts ich bin bei der Kumu-Weide oh und jetzt kommt wirklich Kumu-Weide ich glaube zwei Stunden auf irgendwelche Videos reagieren das äh so zwei naja standardmäßig zwei Stunden und nicht zwei Minuten du willst darüber ein Reakt machen du kannst auch auf vier Stunden nein insgesamt zwei Stunden auf Videos reagieren wie extrem so ach du meinst da ich bin ich schäme mich ich schäme mich für mich selbst ich bin der erste so los geht's ich glaub jetzt einfach mit sternen durch ja ja mach das Nein! Oh, hi Rubin. Wen hab ich eigentlich grad getroffen? Ach, ist egal. Oh, Melly schummelt ja richtig hier. Ja, Melly ist doch krass. Die cheatet richtig. Melly hat's halt drauf. Melly cheatet? Nee. Achso, nee, stimmt. Das bist du ja. Ich verwechsel das immer mit. Nein, ich bin so dumm zu fahren. Oh, ich bin mal Erster. Das ist doch nichts Neues. Die anderen haben die bestimmt getroffen. Oh nein, warum bin ich Erster? Weg mit euch. Melly ist wieder Erster. Melly ist wieder Erster. Sie hat den Ersten. Ah, ich bin dritter, verdammt. Gut gemacht, Bumerang. Melly hat's geschafft. Immerhin dritter, ey. Ich bin letzter. Erster. Geil. Ich bin in der Cherubin. Also, ich find's nicht machen, dass wir jetzt... Eiskalm im Bumerang schmeißt du mich ab. Ja. Bumerang ist gut. So, wir haben ja versprochen jetzt Kumu-Weide, ne? ...un Herz, das die besitzt. Komm, wenn Mainz gewählt ist, keine Ahnung. Wir haben Kumu-Weide gesagt, also. Jetzt kommt Hazes. Ich sehe schon, Hazes wird gewählt. Wetten, Mainz wird gewählt? Bitte nicht. Nee, doch nicht. Boah. Sogar Rubins. Wundersteht er nicht diese 200 da, wegen der CCM oder was? Ja. Ja. Hast du jetzt gemerkt? Stell dir mal vor, wir würden noch eine 0 dranhängen. 2000? Ey, dann würden wir schon fliegen. Dann würden wir fliegen im Weltall. Dann würdest du nur antippen, Hazes Mainz. Ja. Dann würden wir durch die Wände fliegen. Ich glaub, dann müsstest du die ganze Zeit... Nein, an sich, Gas geben brauchst du ja nicht. Gas geben brauchst du gar nicht. Dann kannst du nur auf die Bremse drücken. Obwohl die Bremse schon kaputt gehen würde. Die würde durchbrennen. Oh, Junge! Jep. Wenn ihr floßen followt, dann muss er rückwärts fahren. Okay, mach ich, mach ich. Ristan, bleib mal stehen für mich. Aber dann müsste er mich bei YouTube und bei Twitch voll, äh, Ristan, bleib mal stehen für mich, das wär nett. Nee, Rubin, hau ab! Also eins zählt er nicht. Nein! Bitte. Ich weiß nicht, ich hab nichts getan. Nein! Nein, Kühe! Oh, scheiße Kühe. Scheiße Kühe. Scheiße Kühe? Ja, die sind scheiße. Oh, blauer Panzer. Sehr schön. doch das was machst du hier spielen schweine bärmann ich war zweiter man ich war zweiter wie kannst du die bomben so ich hoffe jetzt kommt joshital ich hoffe jetzt ich habe nur zwei bomben zurück ja das hat schon gereicht ich war zweiter wir müssen tristan runterschubsen ich bin doch nicht dran schuld dass ihr ein bombenrind fahrt natürlich du hast ja so scheiße hingelegt ich habe aber vorgewarnt ja und du hättest ja auch nicht legen müssen ja dann musst du dir halt vorher nicht nicht schon anvisieren und anknutschen wollen die erste habe ich erwischt körperteile wo man hingucken kann die erste habe ich erwischt du sie kann ich nicht bezeugen kappen im vorderbild von diesen wer war das was wer auch immer das war oder was auch immer gemacht dass ich danke dir hast du dieses spiel schon wieder ich komme nicht auf der welt ich glaube ich werde gleich einfach stehen bitte beenden ich muss fahren bitte fahrt ins ziel alter legt mich das gibt es noch nicht ganz lang guck mal der goldmary überrundet mich sogar gleich ich fahr jetzt ganz entspannt auch neben goldner pilz hier und auf der strecke frissbombe deutsch ist da ich will noch bittisch was soll ich denn nachter-item will jemand nachter-item haben alter was für ein assi-pack hier hallo hallo tristan ist heute deine schuld tschüss ja noch gekriegt schnauze wir müssen tristan echt mal runterschubsen von seinem thron wir müssen tristan nicht mal runterschubsen von seinem thron das geht gar nicht ja ich bin dafür was ist was für ein level deswegen will ich die strecke noch mal aus ah ich weiß welches käse land genau aber tristan hast du es auch ja aber ich habe mich gebessert nein 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 tut mir das nicht an nein bitte nein ach verdammt aber egal die ist auch gut meli ist neutral die joshie strecke ist auch gut ich will meine starke meli hat mich wenigstens nicht runterschubs wie die anderen säcke hier so wie ich dich außer ades konny freut sich auch meli waren die einzelnen normalen ich fand es immer noch zwei die bananen ins Gesicht zu werfen tristan aber sehr gut du hast mich runter ich habe sie neu gesehen wir kriegen auf jeden fall gleich noch einen besuch ja wir wollen wir kurz recht noch einen mitspieler ja komm her alles bleibt stehen genau ja komm her ach nein jetzt häng ich auch noch fest hey 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 ach da ich hab keinen Bock mehr bitteschön nein so auf Wiedersehen ich fall hier in jede scheißpfütze ich fall ey da glitscht jemand ja ne das ist äh server nein da glitscht einer da glitscht einer guck mal ich fall hier am Rennen du glitscht auch du glitscht auch du scheitest so das war sauer das war ein sauerer Christian ne meine Stimme ist grad ein bisschen an oh ich kann nicht fahren ne ich auch nicht wir bleiben hinten ne ich kann nicht schieben wir kuscheln hinten macht mal jungen äh nur Tristan nicht nein 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 ich wollte nicht auf nein oh zu weit gesprungen ich bin über dem Wasser kram gesprungen und dann noch zu weit ey oh oh mein god sagen wir mal alles glas oh schwein gehabt da kam da kam rubin erstmal mit dem Torpedo an ey sorry Melly liebe Raketen ha ha Henni warum ich hasse Pilze ey natürlich in der Kurve hört er auf ey ich hasse Pilze na verdammt das reicht nicht vor allem bei jetzt mal 100 alter ja 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 ich komm hier nicht auf die Strecke ey den hat Chrissy die andere Joschi Strecke ist besser den hatte Chrissy der Werte Preufe ist da grad mit der Rakete an mir vorbei welcher Unmensch welcher Unmensch welcher Unmensch welcher Unmensch welcher Unmensch da ist er der Unmensch tschüss man jetzt ist doch gut mit uns zerficken Bomben ey blauer Panzer geht mir weg zu alle blauer Panzer oh ja schon wieder eine Chore wieso bin ich dabei finden oh Zweter leck mich weißt du mich ich bin auf die Karte ich bin auf die Karte ich bin auf die Karte ach da verdammt ZETER ey ich komm nicht klar wieso ist das denn überhaupt vorne den müssen wir auch nach hinten schieben auf dem 12. schiebt euch selbst mit euren dicken Hintern nach hinten Melly darf als Einzelne vorne bleiben ey folgt klar so nicht du so nicht du und du darfst ganz hinten auf dem 12. sein von mir aus aber wenigstens Hades und Melly müssen vorne sein und was mir soll ich mit dir auf den letzten Platz chillen ne Robin du kannst auch vorne hingehen weil wir sind auch real Chrissy und Flo sind die müssen noch hinten sein ey Flo sind weil er Streamer ist Streamer muss und Chrissy weil weil Chrissy halt den selben Namen hat wie ich also muss er auch so nicht du so nicht du mein Freund also hast den ähnlich Anime Crossing außer ich hab's schon wieder vergessen also das denn heißen Christian weiß ich nicht Christian hm zufällig heiße ich Chrissy hm 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 ja aber sowas von floßen du musst da hinten links wie man das jahr ist in ordnung ich bin kind ich bin ja nicht mehr aber wenn du streamst erzählt nur bei dir bei mir nicht bei jedem der stream der stream ist alles klar ernst du hast heute mit dem sprach nicht und ich beweise ich wollte eigentlich christi treffen oder er wollte nicht wer ist erster kriegt man hier machen ich wundere mich dass meli noch so weit hinten ist ich bin ich bin sechster geil von mir aus bin ich auch zweiter aber nicht vor christi jedenfalls ich komme langsam nach oben schlechte fahrweise ich bin halt nicht so gut dass ich mal erster bin das wundert mich dann eher normalerweise bin ich mit haben du bist wundervoll online nicht die wolkenstraße hat es ist der gott der unterwelt wieso möchtest du in den himmel er ist mir nicht glauben und dann verwundert sein ja tristan hört sowieso nicht zu mann du bist ein toller freund tristan hört sowieso nicht zu ich bedeute dir was er ist im höhenflug wisst du bist wie nur ein klick er ist ein abonnent einer von vielen er ist ein hauch von nichts ich bin nur ein aufruf und ein live sonst bin ich nicht mehr ach so deswegen habe ich euch eingeladen hierzu ja okay mach ich nicht mal nicht du wer hier wohl wen eingeladen hat ich habe ja gesagt ihr könnt alle mit machen hier ich habe gesagt dass die ob die vorbeikommen sollen ihr seid doch alle sieben nein bist du warum kriss an das gemacht hat um gut zu stehen war ja seine freunde sagt euch gleich mal alle verprügeln ganze oder sowieso schon hast ich meine nicht dich er ist falsch na toll er verlagungen und robin bei nähe mache ich nicht aber frauen schlagen tut man du zählst nicht als frau du bist eine halbe doppel gehen ja ich habe drei chromosome ja xx und y also ich dachte ich dachte was sie da erzählt ich habe männer haben egal gegen welche wand ich kaum haben jeder und wenn die kombiniert hast du eine xxy chromosomen xy ungelöst natürlich fängt euch alle die jungs kommen aber wir waren letztes das wird mir du hast mich auch abgezogen du bist vielleicht die ganze erste wenn du so eine rote hast warte bitte bis zu ein tendo vor dir ist als decon eine braun gebrannte typ der war zu lange solario dieser braun egal der wird irgendjemand sein den wir kennen bestimmt ich kann auch von der freundesliste bei john dann hat floßen ja schon viele von seiner freundesliste da rein lassen king ja ist ein kumpel von mir den kennengelernt ist ja schon wieder 0 und aus der grundschule sie bist du schon wieder raus geflogen noch nicht kommt noch der hat schon wieder 0 irritiert mich naja er war nur letzter oder so der er hatte sie nach mann ich habe ich fall mal ins gras ich will noch eine strecke der grünen darf auch gerne chris vorne sein weil er hat gar keine punkte das blöde entscheide jetzt einfach so ich könnte sowieso die wand also ich bin ja vorher noch so jetzt nicht jetzt jetzt geht es rund hier hallo rakete das war ich das ist extra ausgewischen ins wasser nein nein die rote wird mich nehmen von vorn bis hinten naja säge weiß war immer was das war das haben ganz als früher von tristan nun überkommt das sieht sowieso keiner obwohl das noch zu 10 leute ist mir egal ist eventuell homo erot er doch nicht hallo ich war einfach weiter ohne kommentar ab der stream ist auch für unter 18 jährige also hätte man ein bisschen beinflach hier also das hätte ich ja nie denken können ich gehe mit der rakete durch alles pass auf ich komme alles klar da fällt meine ehefrau da hinten ist sie rakete ehefrau kommt macht platz entdeckung liegt schon wieder eine bombe wo die ist schon weg ich bin fünfter alles gibst du mir mal hinter den stern der ist nämlich sehr gut ich war letzter ich habe 100 punkte ich bin heute gerne sehr triggern so was nehmen wir denn jetzt jetzt nehmen wir mal hier vulkankollen ja warum ich hoffe weil ich das gesagt habe vorhin ach so na dann aber da fehlt dann auch genau machen hat es fehlt ja nicht noch einer oder sind wir doch alle da sind sonst alle da meli ist da chris ist da das rubin du ja ja das gläser flosen ist da okay das ist irgendwie einer ja king ist raus ja ausgeflogen und wieder drin also wieder null punkte ich sage gerade nämlich nur noch drei personen da stehen und das war ein bisschen komisch juhu das war schon richtig staub trockene wüste du hast die grund für mich bestanden ach so er geht kurz in den supermarkt dann kommt da wieder hat er gerade ich schreibe der arbeit der king geht es nicht gut jeder kurzer schocken obwohl hat jetzt noch was auf überhaupt außer kaufland verdammt wir sind dagegen gekannt ja gut aber super mag man die kätze so nein wenn die du kleines mädel tanksteine karte auch was noch immer wieder erst ja wer greift mich jetzt an ach der art ist sonst spielt ihr hat ja auch noch auf ich krieg hier gleichen kind was mitten auf der strecke wer hat mich da erwischt werden da den blumen abgekriegt hart ist die andere mit den tod sind konnte aber und weißt du wer wieder vor mir ist tristan die tendo wie immer ja ich habe mich komplett also diesmal wirklich für mich vor komplett vorbeigemogelt von den zwölften du kannst nämlich mit drei pizzi komplett die ganze strecke abkürzen doch das gibt es doch nicht wer war denn das jetzt mit dem roten panzer ja wenn man hier noch hübi guckt dann wies man das wie meli und sie ist jetzt erster hübi ist cool ja NEIN was rastet der denn wieder so aus dieser putz jawoll wer auch immer es getan hat ich heirate dich hart ist voll erwischt meli hat es getan meli wirst du meine frau werden voran ich sag einfach bitte NEIN hättest du mich jetzt gefragt ich müsste dir NEIN geben weil ich mit robi verheiratet bin ja die dritte vier dritte dritte geil sehr schön so ne dreier eh ist doch bestimmt alter dass ich mal vor tristan guck mal ja wenn ich von ne bombe die vier fünf gefiht bürst ja ne ey du bist ja schlimmer als ich ich hab nur geööööööööööööööööööööööö!!! ne ja das stimmt du bist nicht wir tun Affiliate, also darf ich es noch.